Herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum Bohnensack und heute eine neue Episode Down Under zusammen mit Jan Wegener. Hi Jan, schön, dass du heute dabei bist. Hi Leute, schön mal wieder hier zu sein. Jan, heute haben wir uns ja überlegt, wir starten die Aufnahme sofort, weil die spannendsten Gespräche finden immer vor dem Podcast statt. Und ich dachte, heute erzähle ich einfach alles live in die Kamera und du auch, bevor wir es verpassen und probieren, es nachzuerzählen. Was gibt es denn im Moment bei dir Schönes, was begeistert dich im Moment an der Natur? An der Natur einiges, wobei es immer noch relativ ruhig hier ist. Im Moment ist so Spätsommer quasi, was nicht unbedingt so die beste Zeit ist zum Fotografieren. Viele von den Vögeln mausern gerade, aber so die ganzen Limikolen, die jetzt wieder bald nach Norden abzischen, die hier in Australien überwintern, die kriegen jetzt so langsam ihr Brutkleid. Da kann man schon mal ganz schöne Fotos machen. Da habe ich mich etwas drauf konzentriert. Und die letzten oder den letzten Monat oder sogar die letzten sechs Wochen hatte ich ja durchgehend auch immer Leihgeräte hier erst. Die Canon R6 Mark II und das 100-400 RF und das F11-800mm Lens. Da habe ich viel an der R7 mit denen gemacht und der R6 Mark II. Da habe ich auch gerade mein Review gepostet auf YouTube zu der R6 Mark II. Und dann hat ja Nicka in Australien mich angeschrieben auf Instagram. Lustigerweise haben die zuerst meinen TikTok-Account gefunden, auf dem ich eigentlich schon gar nichts mehr gemacht habe. Zeigt einem aber auch wieder, dass es schon Sinn macht, durchaus auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Naja, wie auch immer, die haben halt mich angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, etwas mehr mit ihnen zusammenzuarbeiten und ob sie mir nicht eine Z9 und ihr neues 600er mit dem eingebauten Telekonverter schicken könnten für ein paar Videos. Da habe ich gesagt, naja, klar, war natürlich etwas stressig, weil ich gerade noch das Canon-Zeug auch noch da hatte. Das heißt, da war etwas Überlappung und ich musste sehen, wie ich das alles hinbekomme. Aber war schon ganz cool, mal auch diese neuen Nikon-Tele in der Natur im Einsatz zu haben. Cool, dann sehen wir oder bekommen wir ja gleich einen Einblick darin, was du in den letzten Tagen, Wochen getrieben hast mit dem Technik-Zeug. Und bei uns in Deutschland kommt ja jetzt endlich auch langsam der Frühling, weil irgendwie war dieser Frühling so wie früher sehr verregnet, sehr kalt. Und so langsam gehen die Frühblüher los bei mir. Auf der Büroseite bei mir, da brüten gerade schon die Mönchsgrasmücken. Und interessanterweise dort, wo die Amseln immer brüten, brütet dieses Jahr der Grünfink und die Amsel brütet bei mir in einem anderen Baum. Aber es geht quasi jetzt so richtig los. Also von Revierkampf bei den Amseln bei mir im Garten bis zu den anderen brütenden Vögeln. Es ist einfach schön, aus dem Fenster zu gucken. Auch wenn ich das normal nicht im Garten fotografieren würde, schaue ich dem natürlich auch total gerne zu. Dann lass uns doch vielleicht direkt rein starten zum Thema Canon EOS R6 Mark II. Du hast mir gesagt, du fandst die Kamera super. Vielleicht kannst du mir dazu mehr verraten, weil wir haben tatsächlich nur ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht. Also ich fand die Kamera überraschend gut oder sehr gut. Das habe ich auch in dem Review gesagt. Also so muss ich sagen, fand ich, der Autofokus ist das, was eigentlich am meisten Spaß macht an der Kamera oder hervorsticht. Den fand ich nochmal sehr verbessert im Vergleich eigentlich zu allen Canon-Kameras. Selbst im Vergleich zu meiner R3 musste ich sagen, dass ich den durchaus, sagen wir mal, fast ebenbürtig oder in manchen Teilen besser fand. Vielleicht ist die R3 noch schneller. Aber ich hatte das Gefühl, die R6 ist die Kamera von allen Kameras, die ich bisher benutzt habe. Canon, Nikon und Sony ist die Kamera, die am meisten Sachen erkennen kann. Man hat einfach das Gefühl, die weiß einfach, was ein Vogel ist, was ein Auto ist, was ein Mensch ist und was ein Pferd ist oder ein Reh oder so. Also das fand ich beeindruckend. Auch auf größere Distanzen hat das sehr gut funktioniert. Und auch sonst so vom, sag ich mal, Bedienen her und einfach der Body selber. Die erste R6 fand ich nicht so gelungen, sag ich mal. Da waren einige Sachen, die jetzt etwas schwieriger zu handhaben waren. Zum Beispiel konntest du nur zum Videomodus wechseln, was für mich sehr wichtig ist, wenn du oben dieses komische Drehrad hundertmal im Kreis gedreht hast, sozusagen. Das haben sie jetzt viel besser gelöst mit einem Foto- und Videoknopf auf der linken Seite der Kamera. Und so insgesamt haben sie eigentlich alles verbessert und es fühlt sich einfach toll an, sag ich mal. Die R5 fühlt sich gut an, während an der R6 fühlte sich jetzt einfach alles etwas besser an. Die Räder haben sich besser angefühlt und auch dieser neuartige Joystick hintendran liegt auch sehr, sehr gut in der Hand. Also ich muss schon sagen, die hat mir schon imponiert, wären da nicht die nur 24 Megapixel sozusagen. Weil das ist doch immer was, was mir etwas Bauchschmerzen bereitet, sag ich mal. Ja, wobei nur 24 Megapixel, ich denke, das ist auch in Anführungszeichen zu sehen, sehr vielen Fotografen wird das vermutlich ja durchaus ausreichen in der Praxis. Absolut. Ich sag mal, 24 Megapixel für die meisten Sachen reichen schon. Es ist bei mir halt mehr, sag ich mal, und dadurch, dass ich das als Business mache, kann ich es mir halt auch leisten, sag ich mal, die anderen Kameras zu haben. Und ich hab halt gerne die Reserve, wenn ich sie brauche. Mit der R5 oder Z9 zum Beispiel muss ich nicht so drauf bedacht sein, jetzt so vollformatig zu fotografieren, wie mit der R6 II zum Beispiel. Weil dort ist es halt einfach so, wenn du 24 Megapixel hast und nicht viel cropst, dann ist es okay. Aber wenn du mal was hast, wo der Vogel auch an der anderen Stelle sitzt, als du erwartet hattest und du dann etwas mehr kroppen musst, da kamst du halt dann doch oft mit einem relativ kleinen Endergebnis raus sozusagen, was dann nicht ideal ist. Natürlich kannst du dann auch so Programme wie Topaz Gigapixel AI benutzen, die die auch schön aufblasen. Aber das würde ich halt nicht gerne bei den meisten Bildern machen sozusagen. Von daher, es ist genug. Aber wenn man einmal mehr hatte, finde ich es schwer zurückzugehen. Ich denke mal, das ist auch halb psychologisch und halb wirklich begründet. Ja, eigentlich eine super Überleitung. Wir wollten ja demnächst auch nochmal uns über das Thema Drucken unterhalten. Das war da ein bisschen in die Details gehen. Ich habe ja gerade wieder einiges groß gedruckt mit Saal Digital zusammen. Und ich habe ja auch das Thema Super Resolution für den Druck ausprobiert. Und interessanterweise war das aus meiner Sicht unbrauchbar bei den Bildern, die ich geplant hatte. Also ich habe ein Bild gedruckt, ein Waldfoto, wo viele Nadeln auf dem Boden liegen und gleichzeitig diese Baumrinden in den wiederholenden Strukturen natürlich im Wald. Und dann habe ich das Super Resolution zum Beispiel von Adobe probiert. Und wie soll ich sagen, in diesen Nadeln und in diesen Rinden gab es ganz viele seltsame Artefakte. Gerade in diesen wiederholenden Strukturen gab es so komische Artefakte, die so bescheiden aussahen, dass ich mich entschieden habe, das nicht interpolierte Bild zu drucken. Das hat natürlich 45 Megapixel aus der R5, aber ich habe gedacht, für 1,20 Meter mal 80, da interpoliere ich das eben noch über Super Resolution und war in dem Moment sehr, sehr enttäuscht. Und du hast ja noch ein Bild, das nicht so top scharf war, aber scharf war, nochmal mit dem Gigapixel AI drüber gejagt. Das sah dann tatsächlich ein bisschen besser aus, aber ich finde, es ersetzt die richtige Auflösung noch nicht so ganz. Also beziehungsweise war es eigentlich aus meiner Sicht eher ein Fail als eine Verbesserung in dem Moment. Und das hatte mich ein bisschen verwundert, weil wenn ich da so ganz stinknormale Strukturen interpoliert habe wie ein Nummernschild, so Menschenstrukturen, ging das ja super. Und in dem Moment, wo ich diese wiederholenden Strukturen hatte in der Natur, sah das halt echt bescheiden aus. Das hatte mich sehr verwundert. Also meine Erfahrung ist, dass es wirklich extrem auf das Bild ankommt. Bei manchen meiner Vogelbilder hat es sehr gut geklappt und bei anderen kriege ich zum Beispiel auch viel mehr Artefakte. Also aus meiner Erfahrung ist dieses Topaz Gigapixel AI schon das, was es in der Regel am besten macht. Die haben auch fünf oder sechs verschiedene Modusse, Modi, wo man auch auswählen kann, mit welchem Algorithmus der das versuchen soll zu machen. Und da findet man manchmal schon einen guten und manchmal klappt es gut, manchmal klappt es gar nicht. In einem Video vor zwei Wochen wollte ich ein Handyfoto benutzen. Das habe ich, glaube ich, 2012 gemacht mit einem iPhone, lass mich lügen, vielleicht 4S. Das war, glaube ich, 960 mal 400 noch was Pixel oder so. Und das wollte ich unbedingt auf das Cover von dem Video machen und auch in das Video selber einfügen. Und da dachte ich mir, naja, jage ich das mal durch Topaz Gigapixel. Und das habe ich dann auf 6000 Pixel vergrößert und hat mich echt umgehauen, wie gut dort die Qualität war. Also es kommt wirklich darauf an, was du hast. So viele kleine Strukturen, Federn oder diese Nadeln, wie du sagst, da tut es sich sehr schwer. Aber wenn man sowas hat wie Körperteile oder eine Hand oder so ein Tele, ein zerbrochenes Tele in meinem Fall, da ging das erstaunlich gut. Ich habe auch das Gefühl, je schlechter das Bild ist, umso besser sind diese komischen Programme. Und wenn das Bild an sich gut ist, dann versauen die es einem eher. Und ich glaube, vielleicht ist das ja auch für größere Fails sozusagen gedacht, als wenn die Qualität eigentlich ganz okay ist. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und ja, auf jeden Fall kann man nicht sagen, dass man 24 Megapixel aktuell ganz problemlos interpolieren kann, so viel wie man will. Sondern man muss eben auch schauen, passt das, wird die Qualität wirklich besser oder nicht. Und da glaube ich, werden wir uns in den kommenden Wochen irgendwann auch nochmal über das Thema Drucken unterhalten. Jetzt hast du ja auch die günstigen Teleobjektive dabei gehabt. Und ich hatte mich, ich würde sagen, ich habe ja auch das 100-400 mich damit beschäftigt und habe neulich einem Freund Bilder geschickt per WhatsApp. und der hat zielgenau wirklich das eine Bild rausgelassen, mit dem 100-400 gemacht, genommen und hat gesagt, warum ist denn das schlechter als die anderen vom Hintergrund? Also ich fand das erstaunlich. Ich habe ja mit dem 100-500, mit dem 135er und mit dem 100-400 Rotkehlchen fotografiert. Und er hat wirklich zielgenau nur dieses eine Bild rausgelassen, da ist der Hintergrund irgendwie schlechter als bei den anderen Radu. Also ganz zielgenau. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt mit den günstigeren Objektiven? Ich sage mal so, die kosten natürlich viel weniger als andere Objektive. Das heißt, du kannst nicht die gleichen Erwartungen da reinstecken. Trotzdem muss ich aber sagen, dass die schon extrem gut sind für den Preis und vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade mit den Hintergründen ist halt nicht immer ganz so gut. Es löst halt nicht so gut auf wie zum Beispiel das 100-500. Das heißt aber, du kannst dann auch versuchen, dich besser zu positionieren, wenn es geht. Selbst bei deinem Rotkehlchen hätte das ja vielleicht auch geklappt, dass du halt versuchst, dich etwas besser zu positionieren oder einen etwas anderen Hintergrund zu haben vielleicht. Aber wenn man einen schwierigen Hintergrund hat, gerade das 100-400, löst dann natürlich nicht ganz so toll auf. Und ich habe ja auch beide ... Ich finde, das sieht man vor allem auch an diesen Übergängen von den Ästchen und so. Das 100-400 neigt halt so ein bisschen zur chromatischen Aberration. Und dadurch werden diese Übergänge neben der Offenländer einfach härter. Und dadurch wird das Bokeh, der Hintergrund viel stärker zerhackstückt, nenne ich es mal, als bei den teuren L-Objektiven, wo diese Übergänge ganz smooth sind. Und dadurch ist die Freistellung meiner Meinung nach nicht nur Blenden abhängig, sondern eben sehr, sehr stark abhängig auch von der Vergütung der Objektive. Ja, in jedem Fall. Es ist ja sowieso, wenn du sechs Täler hast und die alle mit Blende 5, 6 fotografieren würdest, würden die Bilder ja trotzdem auch alle anders aussehen, sage ich mal. Das heißt, jedes Objektiv, die Bauweise, die Vergütung, die Qualität der Linsen spielt natürlich alles eine große Rolle bei dem End-Look am Ende. Und das 800er, wie hat sich das geschlagen? Ich muss noch so sagen, ich hatte mir das geholt, um ein Video zu machen mit der R7, 100 bis 400 und dem 800er, weil das halt eine ziemlich coole Wildlife-Kombo für viele Leute ist, meiner Meinung nach. R7 ist nicht so teuer, sage ich mal, 100 bis 400 ist super flexibel und das 800er gibt dir halt 1280 Millimeter effektive Brennweite an der R7, was schon ganz schön krass ist und es wiegt halt fast gar nichts. Also so zum Rumlaufen und so ist es sehr gut. Leider hat halt die R7 so ein kleines, sage ich mal, Autofokus-Handicap im Vergleich zu den anderen Kameras. Sie ist schon gut, aber du hast doch einen guten Batzen-Ausschuss immer mit dabei, auch gerade am 800er und dann habe ich halt, weil ich die R6 auch gerade hatte, die R6 mal daran gemacht und das war schon erstaunlich gut, sage ich mal. Ein großer Unterschied ist zum Beispiel auch, dass an der R5, R3 oder R7 hast du ein relativ kleines, das heißt, kennst du ja auch dieses Quadrat in der Mitte nur, wo du nur fokussieren kannst sozusagen, während an der R6 kannst du fast über den ganzen Bildschirm mit dem 800er die Fokuspunkte verschieben und fotografieren. Das heißt, da hat sich irgendwas extrem verändert an dem Canon Autofokus, dass der jetzt bei Offenblender 11 viel mehr Autofokus-Felder zur Verfügung hat, also weit über 50 Prozent, während vorher waren es ja, glaube ich, unter 50 Prozent, während jetzt ist es wirklich, würde ich sagen, fast zwei Drittel des Suchers, den man für Autofokus benutzen kann. Das heißt, das hat an der R6 Mark II die Linsen sogar noch mal besser gemacht, sage ich mal. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ich habe ja auch selber mit dem 800er neulich fotografieren müssen für ein Canon-Video und habe auch ein Bild, ja, ich will ja lieber ein 400 zu 8 nehmen. Aber ich war auch verwundert, dass das, was da rauskommt, ich habe wirklich auch noch ein Bild gemacht, das ich gerne benutzen werde in Zukunft, also einfach von der Art und dem, was da drauf passiert und ich war auch erstaunt, wie gut ich die Freistellung damit hinbekommen habe, also ich war insgesamt wirklich erstaunlich zufrieden unterm Strich. Ich würde auch sagen, so unterm Strich sind die Linsen deutlich besser, als man denken würde und gerade für jemanden, der zum Beispiel rumlaufen will, viel Brennweite braucht und einfach Spaß haben will und vielleicht jetzt nicht das letzte 1% der Bildqualität immer haben will, ist es ideal eigentlich. Also wir können uns darauf einigen, dass die günstigen Objektive tatsächlich eine Berechtigung haben und ich meine, ich habe das 100-400 auch behalten, einfach, falls ich mal dieses ganz leichte Objektiv haben will, kann ich es eben ganz gut mitnehmen, das finde ich halt auch großartig an der Stelle. Und das hat sogar hochkant in meinen Rucksack gepasst. Das heißt, so wie du schon sagst, es ist so klein und leicht, das nimmt eigentlich gar nichts weg und ich denke auch gerade für Landschaftsfotografen kann es interessant sein, wo man mal vielleicht ab und zu mal etwas mehr Brennweite braucht, aber jetzt nicht unbedingt so ein 100-500er oder 100-400er EF mitschleppen will. Da könnte das, glaube ich, auch ganz interessant sein, weiß ich nicht, wie das aus deiner Sicht ist, so als echter Landschaftsfotograf. Ja, also ich glaube auch, dass es gerade dafür spannend ist, was mich ein bisschen nerven würde, ist die fehlende Stativschelle, weil tatsächlich gerade, wenn du so ein Hochformat Landschaftsbild auf dem Stativ machen willst, ist die Stativschelle echt angenehm, aber wenn du jetzt so eine Tracking-Tour machst oder viel in den Bergen unterwegs bist und dann dieses 100-400 einfach mit seinem Mini-Gewicht mitnimmst und dazu irgendwie noch ein 24-105 oder ein 14-35, da hast du so eine leichte Kombination, das finde ich schon sehr, sehr reizvoll. Also das ist auch der Grund, warum ich es mir ja geholt habe, weil ich einfach gedacht habe, cool, das kann ich auch so ein bisschen so immer dabei haben, wenn ich mal irgendwo hingehe oder bei einem Spaziergang, ohne dass es mir jetzt so unnötig ins Gewicht fällt und dafür ist halt dann das Ergebnis erstaunlich gut. Natürlich, wenn ich richtig fotografieren gehe mit einem großen Rucksack und mit einem Supertele, dann werde ich das vermutlich nicht mitnehmen, aber eben gerade, wenn ich ganz leicht unterwegs bin, finde ich das schon sehr, sehr schön. Auch gerade mit sowas wie mit einer R8, die ja bald kommen wird, da wird es ja fast gar nichts mehr wiegen, sozusagen. Die Kamera wiegt fast nichts, das Tele wiegt fast nichts. Das heißt, es ist schon auch für Leute, die nicht so viel frei Hand machen können, wirklich eine super, mega leichte Kombination dann. Ich muss ja auch zugeben, dass ich selber mir die R8 verkneifen muss. Also ich hätte zwar gerne eine, aber eigentlich nur für so Spaziergang-Familienbilder, wo das einfach so mega leicht ist und da denke ich mir immer, wozu soll ich jetzt noch 2000 Euro ausgeben? Ja, dafür dass ich einfach 200, 300 Gramm spare und die R5 habe ich ja eh, von daher, tatsächlich, ich verkneife mir einfach nur deshalb, weil ich mir denke, das ist so richtig, ich will nicht sagen, rausgeschmissenes Geld, aber da kann ich lieber, glaube ich, bessere Sachen von kaufen wie noch eine R8, aber ich finde halt im Gegenteil zu allen, die im Internet das Ganze kritisieren, finde ich das Konzept mit dem kleinen Akku und der sehr, sehr starken Leichtigkeit dieser Kamera mit Vollformat sehr geil. Also ich hätte die schon gerne, nur bin ich da im Moment einfach zu geizig. Also in zwei Monaten hast du wahrscheinlich da doch eine. Ich habe sie nicht vorbestellt, also ich habe ganz andere Sachen vorbestellt, aber das habe ich jetzt nicht vorbestellt. Wie ist denn das? Steigst du jetzt immer auf Nikon oder nicht? Also wenn ich die Nikon-Linse mit einer Canon-Kamera benutzen würde, wäre ich sofort dabei sozusagen. Aber mal in allem Ernst, also das Tele oder die ganzen Linsen, die Nikon so in letzter Zeit gemacht hat, das ist schon wirklich sehr, sehr geil, muss ich mal sagen, auch gerade mit dem eingebauten Konverter und die Qualität und auch, was eigentlich am meisten hervorgestochen hat für mich, ist die Bildstabilisierung. Du hast wirklich dieses Tele an der Z9 in der Hand, 840 Millimeter und der Sucher bewegt sich quasi gar nicht. Das ist wie auf einem Stativ. Du kannst selbst ohne Probleme mit so einer riesen Linse, wenn du mal notgedrungen ein Video machen müsstest, kannst du machen und das würdest du kaum merken, dass das überhaupt freie Hand ist. Das ist eigentlich, was mich am meisten erstaunt hat, sage ich mal. Ich dachte schon, mein RF600 an der R3 ist schön stabil, aber im Vergleich zu der Z9 mit dem 600 da, da ist das richtig wackelig. Also das war das, was am meisten hervorgestochen hat. Und sonst, es ist halt cool, diese Flexibilität zu haben, sage ich mal. Du hast 600 Millimeter, du kannst ganz kurz mal mit 840 zum Beispiel ein Porträt machen und dann sofort wieder auf einen weiteren Ausschnitt gehen. Das heißt, das hat mir schon viel Spaß gemacht, sage ich mal. Mit der Z9 ist es mal etwas so eine, sagen wir mal, Hassliebe. Hass ist ein zu hartes Wort, aber sie ist halt einfach deutlich schwerer zu bedienen als andere Kameras, weil du in der Regel zwei bis drei verschiedene Autofokus-Modi haben musst, damit du immer richtig fokussieren kannst sozusagen. In der Regel musst du einen Modus auf dem Shutter-Auslöser haben und dann einen anderen Modus auf dem AF-On-Knopf hinten drauf und du fokussierst dann erst mit dem Shutter-Button und dann, während du mit dem einen fokussierst, übernimmt der andere sozusagen, um das dann weiter zu tracken. Was ich persönlich halt immer etwas umständlich und schwierig finde. Ich habe jetzt da viel rumgespielt, habe auch einen Weg für mich gefunden, um damit sehr gut zu fotografieren, aber insgesamt ist es nicht ganz so leicht, wie zum Beispiel jetzt bei Canon oder Sony, wo man in der Regel einfach einen Knopf drückt und das fokussiert einfach. Ja, es ist spannend, dass die Z9 da so ein bisschen eine Krücke ist in der Bedienung an manchen Stellen und zum Einschwenk-Converter, würde ich mal sagen, ja, den hätte ich gegebenenfalls auch gerne, aber auf der anderen Seite habe ich gar keinen 1-4-fach-Converter mehr. Ich benutze ja immer nur den 2-fach oder gar keinen und ich hätte schon gerne oder lieber einen 2-fach-Einschwenk-Extender, weil so spare ich sozusagen nur den 1-4-fach-Extender ein, den ich ohnehin nicht besitze. Klar, ich würde das gerne benutzen ab und zu, aber eigentlich wäre mir so ein eingebauter 2-fach-Extender lieber. Und sind wir ehrlich, wenn es rauskommen würde für Canon, würde ich es natürlich auch kaufen. Aber eigentlich, es ist jetzt nicht das Feature, nachdem ich mich so sehr sehne, aber bei dir war es ja doch so, dass du gesagt hast, dass es für dich ein großer Schritt in die richtige Richtung ist oder dir das Arbeiten sehr stark erleichtert. Naja, sag mal, es ist so ein bisschen wie die 24 und 45 Megapixel. Du kannst mit 24 gut arbeiten, aber wenn du mal 45 hast, möchtest du die eigentlich auch nicht wieder hergeben. Und so ist es hier auch. Man braucht keinen eingebauten Konverter, aber wenn man ihn hat, ist es schon cool. Und dann noch schnell ein Wort zur Z9. Ich hatte die ja schon mal einige Zeit benutzt mit den älteren Firmwares. Und da hat Nikon schon wirklich einen sehr guten Job gemacht. Also die ist jetzt schon deutlich besser geworden durch die letzten Firmware-Updates im Vergleich zu vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr. Also da haben sie schon gute Arbeit geleistet insgesamt. Aber es ist immer noch nicht vergleichbar mit Sony und Canon, richtig? Würde ich so nicht sagen. Ich sage mal so, es ist umständlicher, dein Objekt anzuvisieren sozusagen und zu verfolgen. Aber wenn er dann mal verfolgt, ist es durchaus ebenbürtig. Oder in manchen Situationen, wo es mir sehr, sehr gut erschien, erstaunlicherweise ist zum Beispiel, wenn du einen Vogel hast, der auf dem Ast ist und plötzlich direkt auf dich zufliegt. Und da hat die Z9 es ganz oft geschafft, den einfach zu verfolgen. Und das ist zum Beispiel was, was ich an anderen Kameras viel schwieriger finde. Oder da sind die in der Regel gar nicht scharf, diese Bilder. Das heißt, ich sage mal so, in einer gewissen Weise hat Nikon durchaus aufgeschlossen in der, sage ich mal, Subject Tracking. Aber insgesamt ist es halt einfach umständlicher zu benutzen, weil du einfach zwei oder drei verschiedene Modi hast. Und in unterschiedlichen Situationen brauchst du unterschiedliche Modi. Während bei Canon oder Sony ist es halt in der Regel nur der eine. Das heißt, es ist etwas leichter vom Bedienkonzept her. Und die andere Sache ist halt, dass Nikon für mich, was es schwierig macht, du hast halt nur einen einzigen Knopf hinten an der Kamera, nur den AF-ON-Knopf. Während alle anderen Kameras, die ich sonst benutze, haben ja in der Regel zwei oder drei Knöpfe. Das heißt, wenn ich zwei oder drei Knöpfe habe, ist es sehr einfach, einfach ... Was heißt denn Back-Button-Fokus auf Deutsch? Also Back-Button-Fokus nennt sich im Deutschen Back-Button-Fokus. Okay, na gut, dann sagen wir es doch so. Also ich bin ja ein großer Fan von Back-Button-Fokus. Und das funktioniert halt nicht an der Z9, weil man nur einen Knopf hinten dran hat. Und man braucht aber drei Knöpfe, um vernünftig fokussieren zu können. Das heißt, ich habe einen Autofokus-Modus auf dem AF-ON-Button, einen auf dem Auslöser und dann einen auf dem Knopf, der vorne an der Kamera dran ist. Das heißt, wie gesagt, sie ist sehr gut, aber etwas umständlicher zu bedienen. Gut, dann haben wir da ein Bild. Es deckt sich auch mit meiner Erfahrung mit der Z9 gerade. Also ich habe, wenn ich Menschen mit der Z9 fotografiert habe, immer das Gefühl gehabt, dass sie manchmal so ein bisschen träge trackt, dass es bei Canon einfach schneller ging. Und eben, wenn man die Tasten ganz frei belegen will, die lässt auf bestimmte Tasten nur sehr spezielle Funktionen zu. Und dann zum Beispiel auf die Funktionstasten am Bayonett lässt sie fast alles zu, was du drauflegen willst. Und dann musst du dir echt zusammensuchen, wie du das überhaupt, das Konzept erstellen willst für dich. Aber was ich auch gelernt habe, dass irgendwie 90, 95, vielleicht noch mehr Prozent der Fotografen immer nur die Standardeinstellungen nutzen und vielleicht noch den Backbutton-Fokus, so das Hoch der Gefühle darstellt. Und dieses Verkustomisen oder dieses krasse Umstellen aller Tasten machen wirklich eigentlich nur ganz, ganz wenige. Das heißt, wir führen da vermutlich auch ein Nischendasein mit unseren Beschwerden darüber. So wäre mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Da stimme ich dir total zu. Wobei ich sagen muss, dass mich das in einer gewissen Weise schockiert. Weil zum Beispiel eine Kamera wie die Z9 oder R3 oder auch A1 oder selbst die R6 II, wenn du die aus der Box nimmst und so benutzt, wie sie aus der Box kommen, ist es schon sehr schwierig, diese Kameras zu benutzen. Oder du kommst halt gar nicht an das Potenzial ran, was diese Kameras eigentlich haben. Gerade zum Beispiel auch bei Canon nehme ich halt sehr gerne Doppel-Backbutton-Fokus, also zwei Knöpfe hinten, wo ich verschiedene Autofokus-Modusse auf die Knöpfe lege, damit ich dann einfach ganz schnell in der Natur von dem Spot-Autofokus zu dem Augentracking und zurück wechseln kann. Wo ich dann quasi nie einen Moment verpasse, weil ich einfach nur meinen Daumen hin und her bewegen muss. Und das sind schon Sachen, wo ich denke, es macht durchaus Sinn, etwas Zeit zu investieren oder ein paar YouTube-Videos zu gucken, wie man denn die Kamera bestmöglich einstellen kann. Aber spannend, dass du das Double-Backbutton-Fokus nennst. In der heutigen Zeit, wo alles größer, schneller und besser wird, da bin ich nochmal 50 Prozent besser. Ich mache den Triple-Back-Button-Fokus. Weil ich habe tatsächlich noch auf der ganz äußeren Taste, also bei der AF-Feld-Wahl-Taste, auch noch mir so eine Art Mitzieher-Penning-Modus quasi programmiert. Und ich finde das echt, also ich liebe das an der R5, dass ich einfach diese drei Modi habe, auf der AF-On-Taste, Stern-Taste und AF-Feld-Wahl-Taste. Und dass ich einfach nur den Daumen bewegen muss und die Kamera macht, was ich will. Also ich bin vom Bedienkonzept nach wie vor sehr angetan. Und ich könnte nur ein, zwei Knöpfchen mehr vertragen. Da will ich jetzt kein Heal draus machen. Vor fünf Back-Button-Back-Button-Auto-Fokus. Genau. Für die linke Hand dann auch noch ein paar Knöpfe zum Fokussieren. Genau, so ungefähr. Wobei, zu viele Knöpfe sind auch nicht gut. Ich habe ja im RF-135 Millimeter jetzt zusätzlich diese Knöpfe bekommen. Und der war belegt mit Wechsel zwischen One-Shot und Servo. Und ich habe mich ständig gewundert, warum das die ganze Zeit umspringen. Da ist mir aufgefallen, dass ich einfach permanent mit dem Bohnensack auf dem Boden arbeite. Und dass ich das einfach ständig umgestellt habe. Und dann habe ich das deaktiviert. Auch einfach, weil ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen genervt davon. Warum hat dieses Objektiv Knöpfe und alle anderen Objektive, jetzt bis auf die Supertele, haben die Knöpfe nicht. Zum Beispiel 85-1.2 oder 50-1.2. Die haben diese Knöpfe nicht. Und ich hätte einfach gerne so ein einheitliches Bedienkonzept. Da probiert ja Canon für meinen Geschmack im Moment an manchen Stellen noch zu viel aus. Auf der anderen Seite finde ich es schön, dass sie es ausprobieren, weil wir dadurch vielleicht ein noch besseres Bedienkonzept in der Zukunft haben werden. Also auf der einen Seite ein weinendes und ein lachendes Auge. Ja, also Knöpfe am Objektiv und alle Drehringe und was weiß ich schalte ich immer sofort aus. Weil man in der Regel, gerade wenn man das auf Freihand benutzt, die immer aus Versehen irgendwie verdreht oder so. Das mache ich in der Regel. Und ja, ich stimme dir da schon zu, ausprobieren ist gut. Aber vielleicht sollte man mehr an Testgeräten ausprobieren und dann ein gleiches Bedienkonzept auf den Markt bringen. Das ist auch eine Sache, die schon bei den letzten Kameras jetzt etwas bemängelt. Du hast die R8, anderes Bedienkonzept, R7, anderes Bedienkonzept, R6 II, anderes Bedienkonzept. Die ist dann ähnlich zu der R5 und dann R3 wieder ähnlich, aber auch anders. Das heißt, selbst wenn man jetzt nur im Canon-Line-Up bleibt, muss sich die Hand schon ständig umgewöhnen von Kamera zu Kamera. Ist jetzt auch wieder nicht ein Problem, was so viele Leute haben. Aber wenn man jetzt zwischen den ganzen Kameras immer hin und her wechselt, ist das schon etwas nervig manchmal. Wobei, muss ich noch eine Sache sagen. Jetzt, wo ich die R7 wieder öfter benutzt habe, dieses Drehrad um den Joystick herum oben ist schon gar nicht so verkehrt, sage ich mal. Wenn ich dann von der R7 wieder zurück auf die R5 gehe, dann weiß mein Daumen mal gar nicht, was er machen soll. Und so das Gefühl, das Rad da so weit unten zu haben, ist fast komischer, als wenn man das so oben neben dem Joystick hat. Das stimmt. Also tatsächlich, die gleiche Intention hatte ich bei der R7 auch, dass ich das erschreckend gut fand. Ich schäme mich, das ja laut zu sagen, aber ich fand es auch erschreckend gut. Es sieht komisch aus und ist auch komisch, aber es ist eigentlich die natürliche Position von deinem Daumen an der Kamera. Von daher, wer auch immer sich das ausgedacht hat, muss man schon sagen, okay, der hat zumindest mal nachgedacht. Das Problem ist halt, wie gesagt, wenn man das immer nur bei einer Kamera hat und nicht bei den anderen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, die testen halt an vielen Stellen rum. Und mein Problem ist, am liebsten hätte ich das ja um den AF-On-Button von der R3, also dass man quasi auf dem AF-On-Button das AF-Feld bewegen kann und gleichzeitig unter- und überbelichten kann. Dann bräuchte ich das aber auch noch um die Sterntaste herum und dann wird das schwierig. Wie viele Rädchen soll ich denn um die Knöpfchen machen? Wir werden es sehen. Wir sollten das für den 1. April rückwirkend nochmal so designen und als Rumor rausschicken. Also, dass es zu Canon Rumors kommt. Zum selber als Selbstbau-Kit zum Anbauen. Genau, das wäre perfekt. Was mir übrigens noch aufgefallen ist, wo wir schon am Schimpfen sind über manche Sachen bei Canon, ist die Vergütung von den RF-Objektiven. Also, wir haben ja irgendwie zwei Vergütungsklassen, die L-Objektive und die Nicht-L-Objektive. Und ich finde, die Nicht-L-Objektive, die kriegt man einfach nicht sauber. Also, ich kann nicht sagen, wo man es liegt, da kannst du draufhauchen, spucken, was auch immer du willst. Du kriegst diese blöde Vergütung überhaupt nicht sauber. Erinnert mich irgendwie so an früher die Polfilter vor zehn Jahren. Die hat man auch nie sauber gekriegt. Und dann hast du die L-Objektive, die man zwar sauber bekommt, die aber total kratzempfindlich sind. Ich habe schon wieder die blöde Frontlinse von 24 bis 105 verkratzt. Die habe ich ja schon tauschen lassen letztes Jahr. Und die ist schon wieder verkratzt. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ich so sehr daran schuld bin wie der Deckel. Also, dass ich beim Deckel anbringen vorne, dass der so leicht verkantet beim Drauf- und Runtermachen. Und dass der dann immer außen an der Frontlinse so ganz leicht die Vergütung schrappt. Und dass ich mir quasi mit dem Frontdeckel irgendwie schaffe, immer diese blöden Frontlinse zu verkratzen. Also, ich bin so genervt davon, dass ich überlege, ob ich die überhaupt noch mal tauschen lasse, wenn ich ehrlich bin. Ich muss auch zugeben, ich habe auch eine Frontlinse zerkratzt. Ist mir noch nie in meinem ganzen Leben passiert. Und der Einzige, der es verursacht haben kann, ist auch der Deckel. Und zwar in meinem RF600 ist auch ein kleiner Kratzer drin, nachdem es einfach mit dem Lederkondom im Auto war. Für, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen. Nehme ich es raus und ist auch ein kleiner Kratzer drin. Wo ich aufzudecke. Also, ich bin da irgendwie momentan nicht d'accord. Ich weiß nicht, was da los ist. Ob diese neuen Vergütungen irgendwie anders am Glas haften oder whatever. Auf jeden Fall hatte ich noch nie so viele verkratzte Frontlinse wie mit den RF-Objektiven. Also, da muss man echt auf der Hut sein, habe ich das Gefühl. Also, solltest du dir besser mal ein paar UV-Filter zulegen? Übrigens, ich habe hier in meinen Notizen stehen, ja. Und zwar, der UV-Filter des iPhones ist ja meiner Meinung nach das Schutzglas, ja. Und ich habe jetzt neulich, als ich in Portugal unterwegs war, direkt eine Doppelspider-App auf meinem neuen iPhone 14 Pro installiert. Das ist richtig schön. Abends am Bilder bearbeitet, auf dem Handy, ne. Dann rutscht das irgendwie aus der Hand raus. Und dann wollte ich das schnell fangen und habe natürlich noch von unten nochmal so richtig schön draufgehauen aufs Handy. Das ist durch das Ferienhaus geflogen, ne. An die Wand. Und dann hat es oben und unten lauter Risse gegeben, ne. Und die, zum Glück, das war nur dieses Display-Schutzglas, das war gesprungen. Und ich frage mich tatsächlich, oder ich glaube ja, dass das Original-Apple-Display nicht gesprungen wäre, gar nichts gehabt hätte. Und das ist einfach nur diese Folien so schnell springen. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch nicht beurteilen. Das heißt, ich habe für mich resümiert, dass quasi das Pendant des UV-Filters tatsächlich hier diese Display-Schutzfolie auf dem iPhone ist. Ich habe ja nie eine Folie auf dem Display drauf. Aber ich habe schon das Hinterteil von meinem iPhone total zerbrochen. Das kann ich gar nicht mehr aus der Hölle rausnehmen. Vorne sieht man es nicht. Aber so um die Kamera rum und dann der ganze Rückteil ist etwas zersprungen, leider. Obwohl es in der Hülle war. Und na ja, irgendwie, es gibt keinen wirklich effektiven Schutz für einige Sachen, würde ich mal sagen. Ist halt leider so. Ja, vor allem, wenn man es halt auch so viel benutzt wie wir. Ich meine, es ist ja tatsächlich, bei mir ist das iPhone eines der meistbenutzten Geräte, alleine schon für den ganzen Content, den man damit erstellt. Ich meine, wir nehmen gerade Podcasts damit auf. Wir schreiben damit E-Mails. Wir haben das Ding ja irgendwie permanent im Einsatz. Muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Ich habe in meinem Urlaub tatsächlich noch etwas Spannendes herausgefunden, also während dieser Fotoreise. Und zwar, dass ich wirklich ein 24mm und 50mm Fotograf bin. Und dass ich das 24mm 1.8, das so sehr gehatet worden ist, das Canon RF 24mm 1.8, absolut liebe. Ich finde das Objektiv so geil. Mir macht das so viel Spaß. Ich benutze das ja für Porträts. Jetzt werden viele sagen, 24mm und Porträts. Das geht nicht. Aber ich mache ja gerne Porträts mit dem Umfeld. Und mir geht das so gut ab, das 24mm 1.8. Das war, glaube ich, das meistbenutzte Objektiv überhaupt. Und ich fand es auch schön, in der Dämmung so zur blauen Stunde mit dem Mond die offene Blende zu haben. Da blendest du mal ab auf 2.2 oder 2.8 und kannst dann ein paar Landschaftsbilder auch machen in der Dämmerung. Und also mir geht das Objektiv auch für Makros gut. Aber mir macht das richtig Spaß, das 24mm 1.8. Klar, das hat eine optische Korrektur, eine digitale Korrektur hinterher, die eingerechnet ist. Aber insgesamt, ey, ich bin richtig begeistert. Mir macht das richtig Spaß. Ich brauche 35mm und 85mm überhaupt nicht, was von den ganzen Menschenfotografen propagiert wird. Ich habe tatsächlich das 85mm 2.0 jetzt gerade verkauft. Und 35mm behalte ich im Moment jetzt einfach mal noch, weil vielleicht braucht man ja ab und zu nochmal 35mm. Aber es ist wirklich so, dass ich mit 24mm und 50mm super gut leben kann. Das macht mir richtig, richtig Spaß. Und ich bin sehr begeistert von diesen billigen Nicht-L-Objektiven von Canon. Die machen in der Praxis richtig Freude. Und da kam tatsächlich auch eine Frage der Zuhörer. Zum einen zum Thema Bildstabilisierung, zum anderen Thema Abdichtung. Wie soll ich sagen, das Thema Abdichtung wird ja immer kritisiert. Es gibt keine Abdichtung bei den günstigen Objektiven. Was würdest du denn dazu sagen, zu den günstigen Objektiven? Ist das jetzt schlimm mit der Abdichtung, mit der fehlenden oder nicht? Was ist denn da deine Einschätzung? Ich sag mal so, wir waren neulich im Outback und es hat wie verrückt geregnet. Und sowohl die R3 mit einem 24-105 AF, eine Z9 mit einem Nikon 600er, eine R5 mit einem 500er, alle Kameras sind nass geworden, sodass sie etwas komisch reagiert haben, sag ich mal. Und alle Linsen waren extrem, jetzt fehlt mir das Wort mal wieder, also innen drin beschlagen, ganz genau, waren extrem beschlagen und nass. Das heißt, selbst Profikameras bin ich immer etwas vorsichtig im Regen, weil egal, was man macht, die Knöpfe oben scheinen so die Schwachstelle zu sein oder irgendwie so die Löcher um den Blitzschuh herum oder so. Die versuche ich immer im Regen trocken zu halten. Und insgesamt, sag ich mal so, ich fotografiere nicht gerne in strömenden Regen, weil ich in der Regel so die Erfahrung gemacht habe, dass selbst die Linsen, die angeblich perfekt abgedichtet sind, auch irgendwann mal etwas nachgeben vielleicht. Und ich sag mal so, wenn es schon nicht angegeben ist, dass es abgedichtet ist, würde ich schon versuchen, es nicht zu nass werden zu lassen, sag ich mal. Das ist zumindest meine Erfahrung. Mir ist noch nie was kaputt gegangen, aber zum Beispiel meine 5D-Kameras, früher 5D Mark III, 5D Mark IV, die sind öfter mal sehr nass geworden und in der Regel ist immer irgendwas ausgefallen. Zum Beispiel war ich in der Mitte von einem Architekturfotoshoot, musste das Haus an dem Abend fotografieren, hat wie verrückt geregnet und nach so einer halben Stunde, wo ich draußen fotografiert habe, ging dann der Bildschirm nicht mehr. Das heißt, da musste ich die letzte Zeit alles innen drin, was ich noch fotografieren musste, dann wie mit einer Filmkamera, einfach nur durch den Sucher und mit gut Glück fotografieren. Hat am Ende auch geklappt, die Kamera dann etwas in Reiß und neben die Heizung gelegt und dann ging es auch wieder. Aber ich sag mal so, Regen und Kamera hatte ich noch nie gute Erfahrungen, sag ich mal, insgesamt. Ja, also ich probiere ja auch mal, das möglichst trocken zu halten, aber umgekehrt muss ich auch sagen, schere ich mich nicht so sehr um den Regen und wenn es beschlägt, dann geht es auch wieder raus. Ich mache mir gar nicht so sehr den Kopf darum, dass die nicht diese, wie soll ich sagen, diese Gummilippe haben und diese Abdichtung haben. Am Ende des Tages kommt da Wasser rein, da kommt es auch wieder raus. und ich muss sagen, ich habe das ja im Schnee und im Regen im Einsatz gehabt und ja, das passiert halt, dass das mal beschlägt oder so, aber meine Güte, dafür habe ich es ja auch gekauft, irgendwie zum Benutzen. Also ich finde, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Ich sag mal so, für mich ist es so, ich würde eher, für mich macht es weniger Unterschied, ob ein Objektiv jetzt mehr oder weniger abgedichtet ist, sag ich mal. Ich benutze die eigentlich in der gleichen Weise und würde versuchen, sie beide so möglichst trocken wie möglich zu halten am Ende. Dann hauen wir doch mal unsere drei besten Tipps raus, wie wir die Sachen möglichst trocken halten. T-Shirt ausziehen und oben auf die Kamera rauflegen oder die Mütze, die ich oft trage, oben rauflegen, mache ich in der Regel, wenn es sehr doll regnet. Weil wie gesagt, meine Erfahrung ist, wenn es sehr doll regnet, mit Objektiven hatte ich noch nicht wirklich Probleme. Auch 100 bis 500 habe ich im strömenden Regen benutzt, nie was passiert. Aber die A5, sag ich mal, nach so 10, 15 Minuten im starken Regen, kriegt schon so ihre kleinen Mäckchen sozusagen. Und da, wie gesagt, versuche ich halt immer, möglichst kein Wasser so oben drauf stehen zu haben, was dann irgendwie durch die Knöpfe so langsam reinsickert. Meine Top-2-Tipps erstmal, anstatt der Mütze, gegebenenfalls so ein großes Mikrofasertuch, das ich gerne zum Abtrocknen nehme, oben drauflegen, funktioniert auch super. Oder auch tatsächlich eine klassische Duschhaube, oben über die Kamera drüber stülpen. Ich habe mir irgendwann mal 100 Duschhauben bei Amazon oder Ebay damals gekauft und die halten immer noch. Also ich habe immer in jedem Fotograf so eine Duschhaube. Und tatsächlich, was sich bei mir auch gut bewährt hat, war den Sucher oben abkleben. Also ich habe den Sucher oben mit Isolierband zugeklebt, damit da kein Wasser reingeht, damit es innen nicht beschlägt. Und damit hält die R5 im Regen tatsächlich sogar länger als die Sony A1. Wir hatten das mal bei Dauerregen ausprobieren dürfen, sage ich mal. Das ist so ein Punkt, der für mich auch immer gut funktioniert. Und der Top-Trip ... Wenn du sagst, oben zukleben, dann meinst du die Ritze und nicht den Sucher selber, sondern die Ritze, da wo der Sucher angeschlossen ist an die Kamera. Ja, ich glaube, wenn jemand das Sucher-Bild vorne zuklebt, dass er nicht mal reingucken kann, das ist er selber schuld. Wer weiß, wer weiß. Wir stellen uns ja gerade dich vor, du mit Duschhaube und die Kamera mit Duschhaube im strömenden Regen. Ja, aber dazu ohne T-Shirt, das du ausgezogen hast. Und für mich der Top-Tipp bei Dauerregen ist tatsächlich, ich habe es aufgegeben, dass Regenjacken dicht sind. Irgendwie Regenjacken sind nie dicht auf Dauer. Und habe mir tatsächlich noch einen Regen-Poncho von Tatonka gekauft. Die kosten irgendwie 50 Euro. Super investiert, habe ich immer dabei. Und den Regen-Poncho werfe ich einfach über mich drüber. Ich habe die Größe XL genommen. Und so, wenn ich dann noch am Suchen und Rumlaufen bin und Gucken bin, dann hänge ich mir die Kamera quasi unter den Umhang sozusagen. Dann läufst du rum wie so ein grüner Zauberer. Und dann ist die Kamera einfach da drunter und bleibt einfach trocken. Also für mich absolute Empfehlung. Diese Regenüberwürfe, wie gesagt, ich habe den von Tatonka, ich habe keinen anderen gefunden, der funktioniert. Echt empfehlenswert für das kleine Geld. Was machst du eigentlich mit deinen F-Stop-Rucksacken, wenn es regnet? Ich ziehe einfach nur dieses Regen-Cover drüber, das ich dabei habe und gut ist. Wobei ich dazu sagen muss, das Material, also dieses neue Dura-Diamond-Material, ist ja an sich wasserdicht. Das Einzige, wo das Wasser wirklich reingeht, ist halt an den Reißverschlüssen. Und deswegen, ich ziehe einfach immer direkt diese Regenhaube da drüber und hoffe, dass es so lange dicht bleibt, wie es geht. Irgendwann, wenn du einfach patschnass bist, ja, und dieses Rückenteil sich auch vollgesogen hat, dann geht irgendwann die Feuchtigkeit auch da rein. Also die Feuchtigkeit findet irgendwie ihren Weg. Hast du was Besseres? Nee, deshalb frage ich. Ich habe nicht mal den Regenschutz und deshalb bin ich auch etwas, also wird es halt immer sehr nass, wenn es mal doll regnet. Da sollte ich vielleicht nochmal etwas investieren. Also ich als S-Stop-Ambassador habe so einen Regenüberwurf für 8 Euro aus dem Decathlon von der Firma Quetscher, oder wie das Ding heißt, so Eigenmarkt von Decathlon, ja, quietsch-orange. Ich glaube, für bis zu 80 Liter Rucksack, also eigentlich zu groß, aber das finde ich gut, weil man es einfach wirklich super drüberziehen kann. Und hat 8 Euro gekostet. Also ihr könnt das Ding in jedem Outdoor-Laden kaufen. Es ist ja im Endeffekt nur ein Plastik-Ding mit einem Gummiband. Und also die halten gefühlt ewig. Also jetzt diesen Regenüberzug, den habe ich, keine Ahnung, seit 6 Jahren oder so. Und ja, ist halt dreckig. Ah ja, noch Geheimtipp. Nicht zurück in die Tasche stecken nach Benutzung, sondern wenn es geht, bitte trocknen lassen und dann wieder reinstecken. Weil wenn man den direkt wegsteckt, dann fängt das Ding so abartig an zu stinken hinterher. Da haben wir echt so eine, also immer dieses Ding trocknen. Also ich will jetzt, oder Shoutout an Hermann Hürsch, der das früher nicht gemacht hat. Das fängt irgendwann an zu stinken. Was mir hier auch ein paar Mal passiert ist, in Australien, gerade in Queensland, wo es viel, viel mehr Luftfeuchtigkeit hat. Ich war irgendwo im Regenwald fotografieren, hatte auch wie verrückt geregnet. Und da habe ich auch so ein Handtuch irgendwie nass ins Auto gelegt und dann vergessen. Und dann so eine Woche später war auf einmal alles verschimmelt. Das war auch sehr lustig. Ja, das ist tatsächlich nicht geil. Das Problem habe ich im Moment auch langsam, weil ich habe ja einen Wasserschaden im Haus momentan. Deswegen ist vielleicht die Soundqualität auch ein bisschen schlechter, weil hier alles mit Plastik abgehangen ist bei mir im Büro und ich ein riesiges Loch in der Wand habe, damit der Rohrbruch gepflegt werden konnte. Jetzt werden die ja demnächst kommen mit Trocknungsgeräten und so weiter. Also es ist echt etwas, das man nicht braucht. Wasserschaden, egal ob es in der Kamera ist oder im Haus. Ich glaube, da habe ich es lieber in der Kamera, weil die schicke ich weg und die wird repariert und das Haus, da müssen die kommen und man hat den ganzen Stress. Ja, nee, da beneide ich dich komischerweise gar nicht drum. Und jetzt noch die zweite Frage, da ging es um das Thema Bildstabilisator. Die können wir, glaube ich, recht schnell abhandeln. Die Frage war, welche Bildstabilisatoren verbrauchen mehr Strom, ob wir da Erfahrung haben und wann wir den Stabilisator an- und ausmachen. Das war so die Frage, die da im Raum stand und ich glaube, dass es da viele Fehlglauben gibt und die Frage vielleicht, wie nutzt du denn deinen Bildstabilisator? Immer an- und Stromverbrauch ist mir egal, weil ich brauche den und ich habe zur Not halt mehr Batterien dabei. Und immer an, es sei denn, ich filme an dem RF600, weil das hat im Moment irgend so ein Problem, dass das den Bildstabilisator nicht so richtig ausstellt auf dem Stativ. Das ist das einzige Mal, dass ich den wirklich ausstelle, weil sonst das Video etwas wackelt. Ansonsten bei keiner anderen Linse stelle ich den aus. Also lasse ich eigentlich immer an und in der Regel auch immer auf der ersten, wie sagt man denn, erster Modus? Keine Ahnung, wie das heißt. Genau, im Modus 1, genau. Ich gehe mit dir mit, mit einer Ausnahme. Und zwar, ich habe den immer nur an, wenn ich die Hand an der Kamera habe. und wenn ich dann wirklich mal statisch fotografiere, also eine Landschaft oder so und dann wirklich mit dem Kabelauslöser arbeite, dann gehe ich hin und nutze eben im Endeffekt oder deaktiviere den Bildstabilisator, weil wenn ich dann irgendwie fünf Sekunden belichte, dann brauche ich den wirklich nicht, weil dann probiert er die Kamera oder das Objektiv etwas zu kompensieren, das nicht da ist. Beim Stromverbrauch gehe ich mit dir mit, ist mir egal, wobei man schon deutlich merkt, dass die alten Bildstabilisatoren viel mehr Strom verbrauchen als die neuen, finde ich. Also auch von der Lautstärke. Also neulich habe ich das 200er 2.0 drauf gemacht, nachdem ich das 135 1.8 drauf gehabt habe. Und beim 135er hört man den Bildstabilisator eigentlich gar nicht. Und dann mache ich das 200er drauf und denke mir so, was ist das denn für ein Geräusch? Ach ja, das ist der Bildstabilisator. Und ich glaube, dass dann so diese Fremdhersteller wie Tamron und Sigma, gerade die älteren OS- und VC-Objektive schon ordentlich Strom ziehen können, das kann ich mir schon vorstellen. Das Problem mit Ausmachen ist halt immer, dass man es manchmal vergisst, anzumachen und sich dann eine gute Szene versaut. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, wo ich dir denke, hä, warum ist denn hier 400 Sekunde am 600er, alles ist unscharf? Und das war dann halt, wo ich den mal ausgemacht habe und vergessen habe, wieder anzumachen. Und die andere Situation, wo ich den manchmal ausmache, ist, wenn ich zum Beispiel mich selber jetzt filme, hier im Studio, weil es schon passieren kann, dass der den Bildausschnitt verschiebt, wenn man mal die Kamera an- und ausmacht oder mal Standby hat. Also ich filme zum Beispiel, drücke Aufnahmeknopf, dann stabilisiert er sich in einer Position. Wenn ich aber ausmache und der in den Ruhestand geht und ich wieder losfilme, kann es sein, dass der etwas den Bildausschnitt verändert. Das heißt, wenn ich immer den gleichen Bildausschnitt haben will, dann stelle ich den auch aus. Ja, also ich muss auch sagen, ich persönlich habe da hier und da so die Herausforderung, wann ist der an, wann ist der aus, in dem Sinne, dass ich ja gerne aus dem Rucksack die Sachen rausnehme und die funktionieren. Und mein Trick, in Anführungszeichen, ist, sich gut vorzubereiten. Also das klingt vielleicht jetzt bescheuert, aber ich stelle die Kamera normalerweise so ein, wie ich glaube, sie benutzen zu werden. Das heißt, wenn ich ein Tier fotografieren werde, dann wird die Kamera, keine Ahnung, mit ISO 800 und Blende 2.8 im Rucksack liegen. Und wenn ich eine Landschaft fotografieren werde, dann liegt die Kamera schon mit ISO 100 und Blende 11 im Rucksack. Und wenn ich weiß, dass ich momentan nur Landschaftsfotografie machen gehe, dann gucke ich, dass ich alle drei Zoom-Objektive, also 1435, 14105, 100-500, alle mit deaktiviertem Bildstabilisator im Rucksack liegen habe. Und wenn ich eben eher freihand unterwegs bin, dann gucke ich, dass die alle aktiviert sind. Das heißt, ich mache mir da schon viel Mühe, dass immer die Kamera ready to go ist. Das klingt bescheuert, das hilft aber Fehler zu vermeiden. Also bei mir ist das jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe heute Morgen noch die Bilder von gestern überspielt und der Akku hatte ich auch noch geladen. Und dann, weil ja im Moment wegen Wasserschaden alles nicht im Büro ist, sondern im Keller gelagert wird, dann laufe ich extra von oben nach unten in den Keller und setze den Akku rein und stecke die Speicherkarte rein, damit im Zweifel alles immer funktioniert. Und gestern war es ja so, dass ich ganz spontan doch noch fotografieren gegangen bin. Und dann kann ich mich darauf verlassen, dass wenn ich den Rucksack in die Hand nehme, dass die Kamera eine Speicherkarte, dass da ein Akku drin ist und so weiter. Und das ist so ein bisschen meiner Meinung nach so ein Basic-Thema. So wie, wie soll ich sagen, in Produktionen denkt ja auch keiner darüber nach, wo der Hammer hängt oder wo die Säge ist, sondern die wissen das. Dafür gibt es bestimmte Stellen, wo das immer ist. Und ich finde, das gehört auch beim Fotografen dazu. Eigentlich das kleine 1x1, dass alles geladen ist, dass alle leeren Akkus nicht im Rucksack sind, dass da nur volle Akkus sind. Ich bin da schon immer sehr strukturiert, was das angeht. Und deshalb ist mir schon sehr oft gelungen, mein Motiv umzusetzen, obwohl ich so wenig Zeit hatte, dass es fast unmöglich war. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Ganz genau so mache ich das auch. Ich habe ja auch verschiedene Rucksäcke und ich weiß immer genau, was, also jedes Teil geht immer in einen bestimmten Rucksack, sodass ich immer weiß, wenn ich Rucksack A nehme, dann habe ich alles für die Sache und Rucksack B ist da alles drin. Einer ist für Film, einer ist für Täler, einer ist für das und das. Und so mache ich das immer zum Beispiel mit meinen Batterien. Selbst wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, ich drehe immer alle Batterien, die leer sind, auf den Rücken sozusagen und stecke die dann wieder in die Tasche rein und so. Das heißt, ich weiß immer sofort, auch selbst wenn ich jetzt einen ganzen Haufen Batterien habe, welche geladen ist, welche nicht geladen ist und ich kann dann auch immer sofort die Batterien rausnehmen. Das Gleiche mit den Speicherkarten, die voll sind oder die ich noch nicht benutzen will, stecke ich immer umgedreht in die kleine Tasche rein, damit ich immer genau weiß, was ich jetzt schnell nehmen kann, was ich nicht nehmen kann und genauso mit den Kameras. Ich stelle auch immer schon vorher ein, was ich denke an so Settings, was ich brauche und dann kann man halt so viel schneller in der Natur arbeiten, als wenn man jetzt den erstmal aus dem Rucksack nimmt, dann ist der Akku leer, muss man den reinmachen, ist die Speicherkarte leer, dann geht das nicht, dann ist der Image-Stabilisator aus, dann hat man die falschen Settings und dann ist schon Mittag, bevor man angefangen hat zu fotografieren. Ja, ich merke schon, dass da wird eine richtig produktive Folge heute. Ich habe tatsächlich noch ein Problem mitgebracht und ich habe keine Ahnung, wie ich sie in den Griff bekomme. Meine Kamera ist im Moment immer im Flugmodus. Meine Firmware hat einen Bug, aber ich glaube, ich habe auch nicht die aktuellste Firmware. Ich muss mal die neuere R5-Firmware draufladen und zwar immer, wenn ich WLAN benutzt habe und dann WLAN deaktiviere, bleibt aber oben immer das Logo an, das WLAN an ist, obwohl WLAN aus ist und seitdem ist meine Kamera immer im Flugmodus. Ich habe keine Ahnung, was da die Software falsch gemacht hat, aber ich habe echt quasi, dieses WLAN-Logo ist immer an, obwohl WLAN deaktiviert ist. Ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Das habe ich noch nicht gefunden. Interessant, wobei an meiner A3 ist es auch so, wenn ich nicht im Flugzeugmodus bin, zeigt es mir auch immer oben an, das glaube ich, dieses Bluetooth-Symbol an der A3, selbst wenn das aus ist. Ah, du meinst, das könnte auch von Bluetooth ausgehen. Ich muss mal gucken, ob vielleicht Bluetooth aktiviert ist, aber WLAN deaktiviert ist. Das könnte tatsächlich der Fall sein. Okay, guck mal, schon wieder ein guter Tipp. Und, wo wir schon dabei sind, manchmal kann das auch passieren, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, wenn du WLAN anhast, kriegst du nur die Hälfte der Bildrate. Also, dann kannst du nicht bei der schnellsten Bildrate fotografieren, komischerweise. Ich hatte das mal, ich weiß gar nicht, ob du das gelöst hattest, glaube ich, oder Markus, hier, Shoutout an Markus, hatte das, glaube ich, rausgefunden. Da konnte ich nämlich bei meiner A5 nie in den H-Plus-Modus gehen, egal mit welcher Linse. Es war immer nur der normale H-Modus, also die reduzierte Bildgeschwindigkeit. Und bis ich dann rausgefunden habe, dass ich immer das WiFi anhatte und wenn WiFi an ist, kann man nicht auf der höchsten Bildrate fotografieren. Also, das Problem habe ich definitiv nicht gelöst, von daher Shoutout an Markus Lenzen nehme ich an. Und ich weiß ja, dass Markus jede Podcast-Episode hört, von daher schaut auch mal bei ihm auf Instagram vorbei, den findet ihr unter Naturfotografie Markus Lenzen alles zusammengeschrieben. Ich glaube, er freut sich, dass er hier mal benannt worden ist, von daher Shoutout an Markus, schön, dass du Jans Problem gelöst hast. Jetzt habe ich tatsächlich ja AirTags eingeführt bei mir, in meinen Fotorucksäcken und Koffern und muss sagen, mir macht das mit den AirTags Spaß und nervt mich gleichzeitig. Ich weiß nicht, arbeitest du mit AirTags? Gar nicht, habe ich mich auch noch nie so mit befasst und wenn ich immer mal so drauf geguckt habe, wo irgendwo Leute so verrückte Experimente gemacht haben, schien es eigentlich gar nicht zu funktionieren, von daher habe ich auch nicht weiter da reingeguckt, sozusagen. Aber vielleicht belehrst du mich ja jetzt eines Besseren. Also ich muss sagen, es macht ein unglaublich gutes Gefühl, wenn du landest, dein Handy anmachst und guckst, okay, deine Gepäckstücke sind im gleichen Land wie du. Das ist immer schon mal gut. Das ist echt total beruhigt, weil dann weißt du, dass es angekommen ist, das Gepäck. Ich weiß nicht, wie das Gefühl ist, wenn du ankommst und da steht, dass deine Sachen immer noch daheim sind. Aber ich muss sagen, jetzt auf dieser Flugreise noch nicht, fand ich das sehr, sehr beruhigend und gleichzeitig jetzt auch bei meinen Airpods Pro, die das ja automatisch integriert haben, finde ich das auch ganz praktisch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie irgendwas jetzt so verloren, dass ich es gesucht hätte damit. Aber dieser Moment, dass man quasi weiß, dass es angekommen ist, finde ich sehr, sehr schön. Gleichzeitig nervt es mich kolossal, weil mein Handy ist sozusagen immer auf lautlos, keine Benachrichtigung. Und immer, wenn ich jetzt zu Hause losfahre, kommt erst mal, sie haben vier Objekte zu Hause vergessen. Und ich sage, Alter, ja natürlich, ich nehme doch nicht meinen Koffer mit, den nehme ich nur auf eine Reise mit. Würdest du denn sagen, würdest du denn sagen, dass du, wenn du jetzt am Flughafen mit der Aufgabe beauftragt würdest, deinen Koffer selber zu finden, irgendwo am Flughafen, wären die genau genug, dass du den auch dann irgendwo im Paket, im Gepäcklager finden würdest? Oder bringt der dich nur so in einen großen Umkreis und du musst dich durch 10.000 Taschen wühlen? Ich vermute, das hängt sehr stark davon ab, in welchem Land du bist und wie viele Mitarbeiter ein iPhone dort haben. Also das ist ja, im Endeffekt pingt das ja alle iPhones an in der Nähe und wird daraus ja eine, etwas errechnen, ja. Und dann erst, wenn du selber sozusagen in Bluetooth-Weite vermutlich bist, navigiert der dich tatsächlich direkt, also das merke ich bei den Airpods, dass du das ausprobiert, da wird da wirklich so ein grüner Pfeil daheim und dann, wenn die unter dem Kissen auf dem Sofa liegen, dann wird der Pfeil in Richtung Kissen zeigen und dann durchsuchst du das und dann findest du das auch. Aber ich vermute, wenn ich in Luxemburg am Flughafen lande, wo dann vermutlich jeder Mitarbeiter ein iPhone besitzt, so mehr oder weniger, dann wirst du es recht genau finden können am Flughafen. Und wenn du irgendwo in Timbuktu landest, wo eigentlich kein Mensch ein iPhone besitzt, dann wird das wesentlich schlechter funktionieren. Also ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie die iPhone-Dichte in der Nähe ist, würde ich meinen. Okay, also so mitten im Urwald sozusagen ist das wahrscheinlich nicht ganz so hilfreich. Ich glaube, im Urwald bringt das gar nichts. Das hängt davon ab, dass da wirklich Apple-Geräte in der Nähe sind. Also ohne Apple-Geräte in der Nähe kannst du das knicken. Also da funktioniert das ganze System nicht. Also hier jetzt auch ein Tipp an Diebe, sie sollten keine Apple-Geräte benutzen. Das stimmt eigentlich. Jemand, der ein iPhone hat und Dieb ist, ist ziemlich blöd, weil der damit quasi die ganze Zeit sagt, wo das Ding ist. Das kannst du ja auch nicht deaktivieren, glaube ich. Sehr gut. Ich habe noch eine Frage, die mir gekommen ist. Und wie machst du das? Ich kenne ja viele Fotografen, die mit Musik fotografieren, ja, auf den Ohren. Mir widerstrebt das komplett. Fotografierst du mit Musik in den Ohren oder ohne Musik? Also ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt höre, dass jemand mit Musik in den Ohren fotografiert. Von daher muss ich sagen, sowas mache ich nicht. Ich bin, man könnte mich durchaus bezichtigen, dass ich ab und zu mal an meinem Telefon rumspiele, wenn mal gar nichts passiert. Aber ansonsten bin ich schon eigentlich aufs Fotografieren fokussiert. Es sei denn, man sitzt jetzt mal stundenlang in einem Tarnset. Aber selbst dann würde ich nicht Musik hören, weil gerade wenn man jetzt in der Natur fotografiert und auch vor allem Vögel, kommt es ja sehr darauf an, dass man oft, oft hörst du ja einen Vogel lange, bevor man ihn sieht. Das heißt, ich bin schon sehr darauf angewiesen, dass ich eigentlich höre, was um mich herum passiert und das würde dann gar nicht funktionieren eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie das anders ist, wenn man jetzt so ein Blümchen vor sich hat, was nicht wegrennt, ob man dadurch auch mal ein bisschen Mozart spielen kann. Aber das kannst du nur beantworten. Also ich persönlich mir widerstrebe das ja auch komplett, weil ich ja die Vögel hören will, den Wind hören will. Ich will ja mit allen Sinnen genießen, wo ich bin. Also auch jetzt im Moment, wenn, ich weiß nicht, jetzt im Frühjahr, da riecht halt die Erde ganz anders. Ich finde das total geil. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Höre aber halt von vielen Fotografen, dass die halt gerne so epische Filmmusik und so weiter hören, gerade Landschaftsfotografen. Und ich kann mir vorstellen, dass dann alle Bilder geiler wirken und epischer sind. So beim Fotografieren hast du vielleicht einen geileren Vibe, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich dann so ein bisschen abgeschottet bin von der Natur. Ich habe dann so das Gefühl, dann verliere ich so den Kontakt dazu. Deswegen, ja, wollte ich einfach mal wissen, wie das bei dir ist. Hier ist noch einer. Fotografieren mit Sonnenbrille finde ich auch sehr interessant, sagen wir mal. Ich habe die Sonnenbrille tatsächlich gar nie anfasst, weil mich nervt es, wenn ich die Kamera ins Auge hebe und da ist diese Brille davor. Also als Nicht-Brillenträger nervt mich das einfach. Und dann habe ich das Problem, ich habe ja auch eine polarisierende Oakley-Brille und die polarisiert sehr gut. Das Problem ist, dass es als Beispiel mein Head-Up-Display im Auto sehe ich nicht mehr und teilweise siehst du auch im Sucher nichts, wenn du die polarisierende Brille anhast. Das ist richtig mies. Also ich kann mir auch mit Sonnenbrille nicht vorstellen, zu fotografieren. Aber wo du gerade gesagt hast, dass du die Vögel auch hörst, bevor die da sind, muss ich dir erzählen, dass jetzt neulich in Portugal ein Vogel einen Mordanschlag auf mich probiert hat. Ich habe es am Strand gestanden, warte so auf die nächste Welle, dass ich das schön fotografieren kann. Da war es so zwei, drei Meter vor mir, macht es so richtig Bäm und da ist in dem Sand vor mir so ein Stein gelandet. Also so groß wie so eine Airpod-Packung. Ich habe mir so gedacht, wo kommt der, der guckt so über mich, wo fängt denn der Hang an, kann der irgendwie da runtergefallen sein, kann der immer was drüber geworfen haben. Ey, keine Chance. Die einzige Erklärung ist, dass ein Vogel irgendwie einen Stein hat fallen lassen und der kam wirklich mit einer Geschwindigkeit, also er hat sich richtig in den Sand eingegraben, so fest ist der da runtergedotzt. Also den hätte ich nicht gerne auf den Kopf bekommen, muss ich sagen. Nochmal Glück gehabt. Ja, also das ist mir auch zum ersten Mal passiert, dass ich sagen würde, dass ein Vogel etwas hat so fallen lassen, dass das meiner Meinung nach gesundheitsgefährdend sein könnte. Da wirst du mal wohl etwas gesagt haben, was der Vogelwelt nicht gefallen hat. Ja, bestimmt hier im Podcast. Übrigens, wie ist das eigentlich in Australien mit den Wellen? Also wir wollten ja mehr Australien-Vergleiche bringen und ich habe ja jetzt wieder in Portugal ganz viel am Strand fotografiert und habe an einem Strand durchaus eine Welle unterschätzt und ich wurde noch nie so weggespült wie an diesem Tag. Also die Welle kam von unten mit einer Gewalt, die hat mich von unten aufgefüllt. Also wirklich, ich hatte ja Regenjacke an und das hat von unten mich aufgefüllt und dann kam es aus den Ärmeln oben wieder rausgeschossen. Und ich habe da nur gestanden mit meinem F-Stopp-Rucksack, stativ nach oben gehalten, mich so stabil hingestellt, wie ich konnte und gehofft, dass ich stehen bleibe. Ich bin auch stehen geblieben und es war wirklich so, dass ich von innen aufgefüllt worden bin mit Wasser. Also ich warte ja immer so ein bisschen, wie die Wellen kommen, aber diese Welle, die war so viel größer als die anderen. Ist es bei euch in Australien auch so, dass ihr regelmäßig so richtig große Wellen habt, die du beim Vogelfotografieren unterschätzt oder sind die etwas planbarer bei euch? Ich sage mal, egal, wo man ist am Meer eigentlich, es kommen durchaus immer mal große Wellen vorbei und ich gehe eigentlich auch fast jeden Morgen hier schwimmen im Meer und das ist schon sehr interessant. Zum Beispiel gestern war fast gar keine Strömung, die Wellen waren nicht so groß und heute gehst du hin, die Wellen sind immer noch oder sehen immer noch nicht so groß aus, aber du kannst fast gar nicht in mehr als so kniehohes Wasser laufen, weil da einfach so eine krasse Strömung ist. Das heißt, es verändert sich auch wirklich hier jeden Tag, was schon sehr faszinierend ist und so Australien ist ja auch für Surfen sehr bekannt, das heißt, große Wellen gibt es hier schon immer, wobei ich denke mal, gerade Portugal ist ja doch bekannt für seine Riesenwellen, zumindest, ich weiß gar nicht, wie das heißt, da ist doch immer dieses Surfturnier, wo Leute so 30 Meter hohe Wellen besurfen irgendwie. Genau da an der Küste war ich auch. Also ich sag mal, da werden deine Wellen wahrscheinlich noch höher gewesen sein als viele hier, aber ja, ja klar, also Wellen können einen immer mal erwischen, da ist immer mal eine dabei, die harmlos aussieht, aber dann doch ein paar Meter höher geht als die anderen. Jetzt wollte ich zum Abschluss mit dir Bildbesprechungen machen, weil wir hatten ja immer noch nicht über deine Bilder gesprochen, die du mir geschickt hast, ja, und ich hab jetzt gemerkt, dass ich den Download-Ordner neulich sortiert hab und deine Bilder schon wieder in den Papierkopf gelandet sind. Ich find sie nämlich gerade nicht. Siehst du, deshalb hat der Vogel den Stein auf dich geworfen. Ja, ich glaub auch, das waren nämlich Paradiesvögel, die du mir geschickt hast, oder? Ja. Magst du uns noch ein bisschen was zu der Entstehung erzählen und mir das Bild nachher nochmal schicken? Tut mir leid, dass ich es vergessen, verloren gelöscht hab. Ich bin dran schuld. Jetzt muss ich mich auch selber erstmal dran erinnern, welches Bild ich dir überhaupt geschickt hab. Wobei ich glaub, das müsste ja in meinem E-Mail-Account noch drin sein, oder? Vermutlich war das E-Mail oder Google Drive. Ja, du hast mir das per E-Mail geschickt. Ich hab die Bilder wieder. Schaut mal. Okay, dann sag mir doch mal, was ich dir geschickt hab. Genau, also, ich sehe einen wunderbaren Paradiesvogel, der so schön die Flügel bei der Balz aufstellt, mit einem, der ist fast schwarz, mit einem gelben Rachen und einem schimmernd leuchtblau-grünen Hals, so wie ein Eisvogel. Und vor dem Paradiesvogel sitzt ein zweiter Paradiesvogel. Ich gehe davon aus, dass das das Weibchen ist, das gerade sehr beeindruckt ist vom Menschen. Das Weibchen ist etwas deutlich kleiner in dem Moment, braun-gelblich. Kannst du uns was zu der Entstehung erzählen? Da kann ich, und die sitzen, sind es die, die auf so einem Baumstamm stehen, oder? Genau, auf einem Baumstamm. Ja. Jetzt geht das Preview bei meinem MacBook wieder nicht aus irgendeinem Grund. Okay, hier sind wir. Also, die wollte ich schon immer mal fotografieren. Die sind, es gibt drei Arten von Paradiesvögeln in Australien, die sehen alle relativ ähnlich aus, so wie der. Und es ist halt schon wirklich krass, die mal so bei der Balz zu sehen. Das war was, was ich halt unbedingt mal machen wollte. und letztes Jahr, als wir nach Cairns gefahren sind, bevor es mir dann so schlecht ging, gesundheitlich, hat es halt sehr gut geklappt. Und es gibt dort eine Stelle ins Speziellen, da sind so ein paar Hütten mitten im Urwald und die Frau, die die betreut, die füttert die halt immer mit Mehlwürmern. Und da kommen die durchaus mal relativ dicht an dich heran, was in dem Fall aber gar nicht so toll ist, weil die dann oft auf halt irgendwelchen Stühlen oder Pfählen oder sowas sitzen. Und ich habe dann halt eine so eine Stelle entdeckt, etwas weiter weg im Wald, wo der halt auch manchmal so gebalzt hat. Und das erste habe ich ganz viel mit dem 100 bis 500 fotografiert. Ich habe übrigens auch ein YouTube-Video gemacht über die ganze Folge, wie ich die fotografiere und so. Und da habe ich dann halt gesehen mit dem 100 bis 400, da komme ich dann nicht weit, habe das 600er aus dem Kofferraum geholt und das dann nur auf diesen Ast gestellt und dann gewartet eigentlich, bis mal wieder einer kam. Und dann hatte ich halt Glück, dass dort wirklich das Männchen kam und dann ganz kurz auch mal das Weibchen vorbeigeschaut hat, was aber, wie du schon gemerkt hast, nicht wirklich beeindruckt war von der ganzen Nummer und dann auch ganz schnell sich wieder verzischt hat. Und das Interessante bei diesem Bild zum Beispiel ist, das ist mit ISO 1600, äh, 1600 wäre schön gewesen, mit ISO 16000 aufgenommen, eine 250. Sekunde und bei, ich glaube, Blende 5 oder 5,6 oder so. Das heißt, es war schon wirklich ziemlich dunkel in dem Wald, sieht es im Endbild gar nicht so dunkel aus, aber das Interessante ist ja auch oft, wenn du in einem Urwald bist und die Sonne scheint, da denkt man ja, es ist eigentlich heller. Dabei ist es in der Regel dunkler, wenn die Sonne scheint, weil die einfach, die Kontraste viel, viel höher sind. Das heißt, du hast viel mehr hellere Stellen und gleichzeitig sind die Schatten aber viel dunkler. Das heißt, da so eine gute Belichtung zu finden, war ganz schön schwer, weil ich hatte dort auch nur wenig Zeit, weil die Besitzer keine Kinder zulassen. Das hatte ich die dann einfach mal angeschrieben und die haben mir dann erlaubt, dafür in so ein paar Stunden einfach mal zu fotografieren und ja, im Endeffekt ist alles sehr schön zusammengekommen und obwohl es so viel oder so eine hohe ISO hatte, kam das Bild auch ganz gut heraus am Ende. Super. Das ist ja auch nochmal eine schöne Geschichte zu dem Bild. Das setzen wir auch direkt in die Shownotes rein. Die findet ihr unter www.naturfotocamp.de und an alle, die unseren Podcast gerne hören, schickt mal eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast rein und Jan, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du heute wieder dabei warst und freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Ja, geht mir auch so und dann allen Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.